Musik Gäschers Stadtkarnevalisten sind mit dem Start des Kartenvorverkaufs zufrieden. Ja, die Änderung des Konzeptes des Karnevals soll dazu beitragen, ein junges Publikum anzusprechen, die feiern wollen, die Spaß haben wollen, die tanzen wollen, die Comedy erleben wollen und davon versprechen wir uns dann auch eine Entwicklung in die Zukunft, dass sie weiterhin am Karneval bleiben und mit neuem Geist dann auch den Umzügen und ansonsten sich im Karnevalgäscher verbunden zeigen.